Okay. Okay. Was ist gut, YouTube? It's your boy, Juuu! Sieeeeeeben! Aber macht hier mein Girl India auf einem Blinded mit Bachelor-Baby? Ich weiß noch nicht, dass ihr mit India auf ein Date geht. Ich glaube, es ist nicht mal ein Blinded, weil es kann nicht mal zu einem Blinded kommen. Weil die sich sofort erkennen wurden, die waren schon auf ein E-Date. Deswegen macht es keinen Sinn, Blindfold anzuziehen. Deswegen werde ich ihn einfach reinholen. Er ist seit 10 Minuten schon in der Kälte. Bist du ready, den in echt zu sehen? I'm ready. Ich meine, ihr wart ja schon auf ein E-Date. Wie war das? Das war nice. Aber er hat angefangen, komische Zeichen zu machen. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Bist du ready, den Leuten-mäßig in Leipzig zu sehen? Ich denke, ich bin in Herbst und alles. Aber er hat irgendwie mit einer Freundin vermerkt. Oh, da haben wir mit einer Freundin rumgemacht. Damn! Ich glaube, das Video wird heute lustig. Warte, mein Outfit? Für das Video hier brauchen wir mindestens 2.000 Liken. Und vergesst natürlich nicht, dir Abo da zu lassen, falls du keine weiteren Videos verpassen willst. Ich werde ihn mitzuholen. Du kannst dich schon sehen, okay? Ja. Aber du kannst sie noch nicht sehen. Sie riecht gut. Ja, sie riecht gut? Ja. Wo ist sie? Ey, hier ist sie. Kannst du mal Handschütteln und so? Kann ich sie sehen? Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Soll ich aufmachen? Ja, mach auch. Damn! Indi, was geht? Oh! Du wusstest ganz genau, dass ich das sehe. Hör auf! Ja. Doch. Seil, du hast es gewusst? Ich nehme auf. Die Leute schauen die gut zusammen aus. Ich ziehe dir meine Schuhe aus. Nein, ich ziehe dir meine Schuhe aus. Kannst du es mir helfen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Nein, du versuch es einfach. Oh Gott, ich weiß nicht. Warte, hab ich es geschafft? Gehen geht's. Oh, ein Gentleman. You know. We gotta be ready. Hey, hey, guck mal. Wie sehe ich aus? Wirst du? Ich dachte, du hast längere Haare. Oha, du dachtest alles. Warte mal, jetzt siehst du den 11. Was sagst du? 1 bis 10? 10, aber ich hoffe, du bist nicht ein Weirdo. Du musst kurz Indi exposen. Sorry is crazy. Oh, shit. Yo. Yo. Was? Was hast du da zu sagen? Guck mal, das Ding ist, das Trocknung reinzubekommen ist schwierig. Das Trocknung reinzubekommen ist ja schwierig. Yo, nigga. Don't fall in Pash on it. Schleif mich nicht auf. Schleif mich. Yo. No way. Deswegen empfehle ich euch Durex. Sorry is crazy. Hey, yo. Guck mal, wir haben folgendermaßen. Die werden beide jetzt erst mal auf ein kleines Date gemäßig miteinander reden. Sich nochmal persönlich kennenlernen. So viel, eineinhalb Minuten, ich glaube, das reicht. Dann spielen wir ein kleines Spiel weiter. Doch nicht. Wer weiter, dafür nicht spielen will, ist natürlich ein Schadtränken. Das habe ich hier in meiner Hand. Deshalb Wasser. Wasser wie Erwachsene. Und hier haben wir ein Glas. You know, wer das nicht machen will, you gotta drink. Für das Video 2000 Likes und vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Subscribe. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Planes 23, we're coming with the EAT. Ich schäme mich ein bisschen irgendwie. Ich schäme mich ein bisschen. Ja, und du machst ihn ja nervös? Kenn ich nicht so. Oder? Der Video ist wieder nervös. Oha! Krass. Ich will nicht so hierher anfassen, weil lange denken die, dass ich irgendwas mache. Wir fangen einfach mal straight up an mit dem Weit-Oder-Plicht, gar nicht mal so viel reden. Ihr habt genug geredet, deswegen je Weit-Oder-Plicht, mach schnell schnell, wenn man anfängt. Komm. Du hältst das richtig? Ja, ich halt. Achso. Schnelle, schnelle. Ah, okay, ich hab... Ja, ja. Du kannst entscheiden, fängst du an oder... Also schneiden, oder? Ja, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Äh, fängst du an oder fängt er an? Du kannst entscheiden. Indie? Doch nicht. Mach nur die Nägel. Yo, wak man. Wow, die ignorieren mich einfach hier komplett. Indie, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst entscheiden, Weit-Oder-Plicht. Fängst du lieber an, weil ich habe keinen Plan gerade. Ah, dann musst du ihn fragen, Weit-Oder-Plicht. Wahrheit oder Pflicht? Ich mach erst mal Pflicht. Also direkt auf chillig oder direkt aggressiv? Guck mal, ich würd sagen, ähm, demonstriere uns Position. Bro, it's crazy. Ich wollte jetzt From the Back so zeigen, aber... Aber ich glaub, das ist ein bisschen crazy, das so auf YouTube zu zeigen. Interessante, du kannst fragen. I bet. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Komm, wir zeigen. Wie kennst du meine... Fresh. Meinst du, das ist Wahrheit, ne? Genau. Was ist dein Body-Count? Also jetzt auf ernst? Mhm. Einhundert. Also jetzt wirklich in ernst ernst? Einhundert. Willst du meine 101 werden? Can I get, like, a little kiss? On the cheek, though. You got a girlfriend, oh wait. Ich küsse dich auf den Kamera. Indie ist mad. Ich nehm' Wahrheit. Magst du mich? Ja. Aber für was? Ich mag dich als Person, Yundia. Richtig gut? Wie, richtig gut? Ich kenn dich nicht so lange. Und ich gut rieche. Ja. Also du darfst nicht zwei Fragen stellen. Ach so, nur eine? I don't know. Was nimmst du? Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Was willst du machen? Fass an, dein Lieblingspart von meinem Körper. Du bist so ein Opfer. Was bin ich? Ein Opfer. Okay. Ihr werdet jetzt dran? Ah, du. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht. Pflicht. Give me a little kiss. Aber nicht da. Warum bist du so crazy? Nein, so ganz klein. Bist du jetzt glücklich? Hm? Hörst du das zu? Hm? Der kauft dich? Der hat mich nicht geköpft. Du fühlst voll gut. Der hat mich nicht geköpft. I don't know what you think. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Pflicht? Ah, twerk for the cam. Für die Leute. I gotcha. Ich kann nicht twerken, aber... Oh my God, bro. Hell no, man. Was war das für ein Twerk? Was war das für ein Twerk? Ah, ich habe einen Song für dich. Das ist wie es aussieht, wenn ich so kürtet. Ähm, ja, anyways. Das ist mal so güssnass. Nassen güss. Kannst du das? Das ist so. Wartet. So. Wie bist du zu crazy in dir? Auf welcher Skala würdet ihr euren Sex-Game bewerten? Nein, bis zu. Ah? Zehn. Einhundert. Zehn, 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 zehn. Wie ich mich selber bewerte? Ja. Eintausend, einhundert, eine Million. Damn. Mhm. Mein Haar-Game? You don't want to know. Because I can suck. Bruder, ich glaube... Weißt du was? Macht der... Ich gehe für so... Ich gehe für so... Nein, nein, nein. Das wird zu crazy, you see. Ich gehe für fünf Minuten. Nein, 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 nein. Das wird gut, you see. Fünf Minuten? India, du musst chillen. Du bist viel zu crazy. Okay, okay. Chill, chill. Du musst realisieren, du bist gerade auf YouTube. Ey, ich schwöre, ne? Wenn ihr wüsstet, was da liegt, ne? Ihr würdet sterben. Wirst du in einem anderen sehen? Mhm. War gut. Ring, ring. Hey, I'm India. You wanna f***? Warum bist du so crazy? Aber so jetzt ohne YouTube und Dings? Ich mag dich, du bist üblich schön. Hast du da von weh? Okay, ich habe ein paar Fragen. Vielleicht für dich. Okay, aber dein Dings, warte. Zippe? So. Willst du mit mir Onlyfans machen? Ich kann das nicht on cam sagen. Ich sag dir nach dem Video. Sag doch! Sag's. Sag dir nach dem Video. Sag. Was macht dich verrückt über eine Frau? Wenn sie gut riecht, wenn sie immer glücklich drauf ist. Also irgendwie. Wenn die mich nicht so kalt und die ganze Zeit so nervt, zu sagen so, du darfst das und das nicht machen. Das und das. I'm in love. Die sagt, sie ist in love. That's crazy. Ich mag Leute nicht, wie du. Ich sag dir ehrlich. Weil du so, du kämpfst nicht. Ich kämpfe nicht. Nee. Soll ich dir hinterherlaufen? Ja. Ja. Du sollst mich lieben. Du sollst denken, dass ich dein Alles bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber dafür musst du viel arbeiten in dir. Ja, normal, aber ich meine so, ich kann ja nicht jede Frau, die ich sehe, so lieben und sowas. Natürlich, mich schon. Ich bin perfekt. Ja. Das musst du beweisen. Aber warte, was beweisst du mir? Ich bin hier, um nicht zu beweisen. Was, natürlich. Na. Oh, damn. Das? Ja. Nein, nein, du stößt nicht. Doch, du stößt. India ist zu crazy. Du weißt mein Ohr ein, shit. Das ist so krass. Wie läuft das Ganze bis jetzt? Yo, Gang. Ich weiß nicht, was geht gerade ab, ja? India will, dass ich hier hinterherlaufe und so. Er ist schüchtern. Ich bin schüchtern. Wenn du eine Frau kennenlernst, natürlich musst du alles für die Frau tun. Weil, what the fuck, das ist diese typische Frage, was bringst du am Tisch? Ich sitze nicht in einem leeren Tisch. Es ist mir egal. Ich muss nur mich bringen, meine Energie, meine Persönlichkeit und dann sitze ich mich einfach auf dem Tisch. Immer, wo ich hinkomme, der Tisch ist immer voll. Ich muss nichts auf den Tisch bringen. Warum bist du so mad? Ich bin nicht mad. Ich will einfach nur, dass du alles für mich tust. Ja, weil ich kenne dich ja seit einem Tag. Du kennst mich seit zwei Tagen. Okay, seit zwei Tagen. India, du musst es verstehen. Einen Tag, einen Tag online, einen Tag in echt. Es ist genug. Du kannst nicht so viel von mir erwarten. Guck mal, früher, die hatten keine Handys und die haben sich einen Tag gesehen und die haben sich verliebt. Auf jeden Fall, ey, ich glaube, das war's, Loki. Check den beiden, den Kalender, oder wie heißt es nochmal? Bachelor Baby auf YouTube. India, Gold. Okay, 30k. Okay. 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 Okay.